Was erwartet euch bei den 19. Kilo Open Source und Linux Tagen? Darum soll es hier gehen. Dieses Jahr auch wiederum wie schon letztes Jahr ist es eine reine Online-Veranstaltung aus... Ich glaube, ich brauche es nicht mehr erwähnen. Okay, also am 16. September fangen wir an mit dem Linux Presentation Day. Da richten sich die Vorträge an Ein- und Umsteiger, wenn ihr von anderen Betriebssystemen kommt und mit Linux noch nicht so fit sein solltet, dann sind diese drei Vorträge bzw. unsere Fragerunde ein ganz guter Einstieg. Das Ganze wird in einem BigBlueButton-Raum übertragen. Wenn ihr jetzt Fragen haben solltet, könnt ihr euch dort einloggen und könnt halt Fragen an die jeweiligen Referenten stellen. Wenn ihr quasi bloß zugucken wollt, gibt es einmal Peertube. Das ist quasi so die freie Variante von YouTube und eben YouTube selbst. Dann haben wir den 17. September und den 18. September. Dort haben wir zum einen gelb, das sind die Vorträge und blau, das sind die Workshops. Die Vorträge werden wiederum in Peertube, in YouTube übertragen und Fragen könnt ihr über den BigBlueButton-Raum stellen. Und wenn ihr an Workshops teilnehmen möchtet, das sind hier diese blauen, dann müsst ihr euch zuvor anmelden. Es gibt insgesamt zehn Plätze pro Workshop. Wenn weg ist, ist es leider weg. Also anmelden ist dabei Pflicht. Und es ist natürlich auch sehr nett, wenn ihr euch wieder abmeldet, sollte euch irgendwas dazwischen kommen, dass jemand anders da diesen Platz eigentlich gerne haben würde, den dann auch nochmal kriegt. Dann freut es mich, dass wir sehr offizielle Dinge aus Schleswig-Holstein dieses Jahr dabei haben. Da geht es um den Open Source Arbeitsplatz in Schleswig-Holstein und noch um das Projekt Phoenix und überhaupt. Das wird noch sehr interessant, denke ich mal. Auch für diejenigen, die nicht unbedingt aus Schleswig-Holstein kommen, denke ich mal. Wir haben dieses Jahr uns quasi verbreitert. Letztes Jahr hatten wir einen Track mit Vorträgen und eben Workshops daneben laufen. Wir haben jetzt teilweise zwei Vorträge parallel. Neben dem, ja letztendlich Konferenzprogramm, würde ich es mal nennen, haben wir auch ein Workadventure. Das ist, ja, wer es nicht kennt, wer vielleicht noch Zelda kennt oder so, so eine 2D-Pixel-Welt, da kann man mit seinem eigenen Avatar rumlaufen. Und das Ulkige dabei ist, man kann auch mit anderen Avataren, die ja letztendlich Menschen zu Hause sind, interagieren und kann sich mit denen unterhalten. Und das ersetzt nicht das, was wir eigentlich so vor Ort gehabt hätten. Das ist schon irgendwie was anderes, aber es geht schon mal in die Richtung. Also so ein bisschen dieser soziale Charakter, der ist auch mit dabei. In diesem Workadventure ist der Außenbereich vom Kitz, also unser typischer Veranstaltungsort, so ein bisschen nachgebildet. Aber nur so ein bisschen. Es finden sich da auch Dinge, die man vor Ort nun nicht finden würde. Guckt also mal vorbei und schaut euch das einfach mal an. Dann haben wir auch noch unsere Sponsoren-Vorstellung am 18. September. Die, ja, wie der Name schon sagt, da stellen sich unsere Sponsoren vor, die uns das Ganze überhaupt erst ermöglichen, dass wir das machen können. Da ist natürlich das Kitz dabei und viele andere. Am Ende der Sponsoren-Vorstellung wird auch noch ein Platz für einen Linux-Hotel-Workshop verlost. Also dranbleiben lohnt sich. Also guckt einfach um 12 Uhr bei der Sponsoren-Vorstellung mit vorbei, wenn ihr nicht was anderes sehen wollt. Ja, es ist so ein bisschen schwierig. Wir haben viele Sachen und wir haben zwar probiert, dass wir so thematische Überschneidungen nicht parallel haben, aber ist immer Geschmacksfrage. Wie das nun ist, was euch interessiert. Dann haben wir neben dem Gewinnspiel bei der Sponsoren-Vorstellung auch noch ein Gewinnspiel bei Linux News. Dort haben wir einfach mal geguckt, was wir noch so ein bisschen rumliegen haben. Wir haben T-Shirts. Nicht unbedingt eure Lieblingsgröße. Was da ist, haben wir noch. Und was weg ist, ist es schon weg. Da ist dann auch noch so eine Tüte drin, die, ja, die passt für jeden, denke ich mal. Dann haben wir noch ein paar Comics mit Pepper & Carrot gefunden. Noch ein Plakat von diesem Jahr natürlich. Und eine Postkarte, einen Kaffeebecher, Aufkleber. Und gesponsert von Tuxedo gibt es auch noch eine Wanduhr mit Tux. Wenn ihr über 16 Jahre alt seid, dann könnt ihr sogar noch ein Spiel gewinnen. Es gibt insgesamt drei von diesen Kilox-Fan-Paketen. Bis zum 18.9. könnt ihr also noch ein Gewinnspiel mitmachen. Und das Ganze läuft über linuxnews.de. Ansonsten guckt einfach vorbei an den Linux-Tagen bzw. dem Linux-Presentation-Day. Oder wenn ihr keine Zeit haben sollt, könnt ihr euch zumindest die Vorträge hinterher auch bei YouTube oder Peertube angucken. Bis dann und viel Spaß.